So, das sind wir wieder. Ja. Hallo. Hallo. Wo gehen wir lang, ha? Das muss doch irgendwo... Das war doch nach unten hin, oder? Also die Obersch... Ja, shalom. Ähm... Grüezi, servus und... Ne, wo müssen wir jetzt hin? Das... Das, was ich doch nicht... Das war doch nach oben oder nach unten. Du bist der Führer hier. Jo. Ist ja blöd, wenn man die ganze Zeit mal diesen... Ja, irgendwann vergisst man echt, wo die Eingänge sind, wenn man immer nur diesen Dungeon-Bowser benutzt, ne? Äh... Ich glaub, das war hier hoch. Wo über Schwarzwaldspitze wollten wir jetzt, ne? Mhm. Ich weiß auch, wie ich das immer verwechselt hab und ich dachte, das wär die untere, weil man ja... Ich glaub, es ist das nicht mehr. Da waren wir letztens. Ja, das ist hier lang. Letzten Endes ist das ja nicht so groß. Fährt man im Kreis, irgendwann kommt man an. Mhm. Das müsste hier sein. Das ist hier. Okay. Früher standen hier immer noch welche rum, die hat man weggeschossen. Mhm. Ja, hier sind ja sogar noch... Das stimmt. Sind die? Hier stehen zwei. Warte, oh, ich hab's wieder vergessen. Ich muss umstellen. Ja. Ja, ganz vorne, wenn man reingekommen ist, stimmt, da standen immer zwei. Mhm. Aber die haben sie irgendwie weggenommen. Wahrscheinlich damit man nicht gleich eins auf die Zwiebel bekommt oder so, ich weiß das nicht. Scheiße. Was? Ich kann den Wobberwerb nicht nutzen. Hm. Ich bin nicht so. Hier standen früher auch welche. Die sind auch weg. Kommst du noch, oder? Ja. Koch, ne? Ja, wir im Prinzip den Weg folgen, ne? Ja, wir sind gleich voll. Genau. Das ist der beste Indikator für den richtigen Weg. Mhm. Sieh, hier standen immer noch zwei, die sind auch weg. Mhm. So. What the fuck? Das stimmt hier nicht. Scheiße, der Eingang ist glaube ich woanders mittlerweile, oder? Kann das sein. Wo kommt die denn hier? Ja, das ist doch schon richtig. Nee, hier, ja, hier oben. Hier sind die Eingänge oder der Eingang. Ach, ne. Äh? Was ist das? Ja, ich bin grad selber voll irritiert. Ja, das ist ja der einzige Eingang hier. Kann man dann mal reinsehen. Ja, ne? Ja, das muss gehen. Gut. 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 Das ist ja die Hero. Ja, 100er. Hä? Dann haben die bestimmt den normalen Eingang woanders erlebt. Stimmt, die sind 100er. Ja. Warte mal, ja, ich komm gerade erst mal raus. Scheiße. Ey, ich seh auch nicht mehr durch hier. Ich stell die sich rumgefummelt am Spiel. Hier, guck mal. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist das alte Bild. Wahnsinn, ey. Krass. Wenn man immer diesen Browser benutzt, man kriegt auch nichts mehr mit, ne? Hm. Ich weiß ja gar nicht, wo die Eingänge zu diesen neuen Innis sind. Also, beziehungsweise... Naja, doch, ich kenn den noch. Da ist noch unten, wenn man gerade reinläuft, dann ist auch noch einer da. Ja, aber ich meine, allgemein für alle Innis. Ja, früher war der Eingang gleich oben, wo ja, ne, wo gerade auch alles leer war, oder? Ja, eben. Du hast hier vorhin mit irgendwelchen Leuten über die gute alte Zeit unterhalten. Mhm. Irgendwie so mitbekommen. Mhm. Guck mal, jetzt ist man hier, hier fehlen ja schon Sachen eigentlich, ne? Mhm. Verrückt. Lauf mal nicht so weit, lauf nicht so weit vor. Ich bin doch da hinter. Ja, die sind 57, 58, 56, 56, ist so klar, dass sie sofort, die Stichung von 5 Kilometer Entfernung kriegen. Die wich nicht hin. Oh Gott, nicht nur weiter. Krass. Du musst die hier sehen. Jetzt hab ich Akku. Hier gab's auch noch eine Quest, man brauch, musste man ja, früher musste man irgendeinen Schlüssel oder so hier besorgen, damit man irgendeine andere Indie konnte. Oder irgendwas öffnen konnte. Auf jeden Fall war's in Quest, bin mir ziemlich sicher. Da kann ich mich noch erinnern. Kann mich ja nicht an viel erinnern, aber daran schon noch. Scheißgehäute hier immer, Mann. Ich seh, das ist so ein Zwang, ja? Mhm. Abachtig. Genau, und mit dem Vahrausch, der ist doch dann hier irgendwo mal lang gelaufen, oder? Äh. Ich hab das schon immer zu vergessen hier. Scheiße, der Vahrauch. Hässig. Ach guck mal, jetzt kann man hier auch nicht mehr lang. Das ist ja alles krass. Irgendwie kommen wir schon noch hin. Ich bin der alten AI nicht zurück. Irgendwie mit Patch 6.1 oder so haben die das alles verändert hier. Aber das ist ja auch schon eine ganze Weile her jetzt, ne? Ich hab da oben mal welche umgeschossen. Mhm. Ich hab die Zeichenbotsung geschossen. Mhm. Ich hab die Zeichenbotsung geschossen. Was ich hab dann gibt, schon 91 Gold verdienen können, um wie nicht sein. Ich hab ein Gold verdient. Ja, dann nicht. Ich hab doch gar nicht verkauft. Was ist das denn? Ich hab doch gar nicht verkauft. Vielleicht weiter sein mit 90 Silber? Nee, das ist schon Gold. Naja, wie rum. Jetzt müssen wir mal gucken, wie der Weg hier weitergeht. Oh. Was? Ich muss hier noch beuten. Hm. Wird jetzt hier runterspringen müssen hier oder so? Echt? Früher ging irgendwie so ein Weg lang oder beziehungsweise runter oder irgendwie so. Warte mal. Das ging irgendwo hier. Ja. Okay, ja, alles klar. Stimmt. Na ja, dann in den riesigen Raum hier. Hm. So, dass man sich hier nicht verläuft will. So, ich steh mir jetzt mal hin. So, ich steh mir jetzt mal hin. So, ich steh mir jetzt mal hin. Genau, da geht's rechts. Also hier rechts geht's weiter nach oben und dann geht's nach links. Dann gehen wir mal nach unten an die untere Halle. Rechts geht's nach oben. Da ist was? Also hoch jetzt, ja? Oder was? Ja. Okay. Mach sie all fertig. Ja, okay. Hier ist eh nur ein Raum und da war's was. Ja, eben. Weiß ich. Weiß ich, aber das weißt du, aber wo's hier weitergeht? Ja, das kann ich mich erinnern, weil ich... oft genug hier alleine war, deswegen. So, so lerne ich die nicht immer. Ja, hier unten war mal blöd, da hat man sich auch verlaufen, weil dann auch mehrere... Räume und so waren. Ja, da kann man auch oft, ne? Ich brauche ein Ziel. Oh? Ich brauche ein Ziel. Hast du einen vergessen? Ja, gut. Der schießt doch nicht. Nee. Nee, warte mal, da. Ich glaube, wenn man da reingeht, geht's weiter und dann ist da hinten noch ein Raum, da ist noch ein Boss, glaube ich. Oh, ich glaube, ich muss gleich mal niesen, wollte ich sagen. Hatschi. Nee, ich glaube, ich krieg's noch hin irgendwie. Kriegsmeister Bucks, okay. Woher liegt ne Karte? Aber wahrscheinlich kommt man das früher mal nebenher. Hm. Kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Nee, früher musst du mal rein, ich geh gar nicht rein. Hier in diesem... Oh. Ja. Bisschen jetzt. Ach, schau. Okay, jetzt muss man hier irgendwie durch. Und hier ist es noch gar nicht so lange her, dass ich das letzte Mal hier war, aber war halt als Browser, ne? Hm. Wie, du hast kein Ziel. Ist die doch von hier. Ich glaub, du kannst mich finden, ne? Ja. Ich muss mir keine Gedanken machen, ob du jetzt hier verändest, vielleicht. Nein, ich muss nicht. Vielleicht kommt doch so ein Meuchelmörder von sonst wo. Wenn du jemanden vergessen hast. Oh ne, jetzt kommt ja noch die Stelle mit den ganzen Spinnen und so. Mhm. Oh, da ist auch wieder ein irgiges Gelute dran und gehäute. Ja, die sind aber auch schon weniger als früher. Ja, stimmt. Ich brauche ein Ziel. Pew. Oh, 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 oh. Spinne, spinne. Spinne, spinne. Oh, 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 oh. So ein Modug und, oh, 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 oh. oder als würdest du ein Lied auch nehmen wollen oh 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 baby da ist die roter Glimmernetz-Ausspinde ja hier gab es genau da gab es auch immer dieses ähm... Hatten Ja, den gab's später bei Helikon, oder Helikon, oder wie das Ding heißt. Ja, irgendwie so. Könnte man ihn nicht häuten? Nein. Are you sure? Ja. Er macht den riesig. Das kommt gleich irgendwie noch, soll kommen so lauter Skarabälen oder so. Ach hier, den Kopf habe ich sogar noch irgendwo rumliegen. Wie konnte man noch, weißt du noch, die Geschichte mit dem Kopf hier? Wo man den Kopf aufspielen musste, aber du hast den auch nicht, ne? Nee, natürlich nicht. Da gibt's das auch gar nicht mehr. Das sieht fast aus, als würde ich was stehen. Also die Knochen, als wären das so... ...Morte oder so. Hm. So, jetzt gibt's auch was zu machen, ne? Ich mach mal. Tschüssüss! Hab ich schon gesagt, dass ich Schuss doch Schokolade habe. Ja, ja. Jetzt hast du es gesagt, ja. Was, klang kann man nicht mitbekommen? Äh, nicht hoch. Hm. Ich hab aber keinen. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Vielleicht können wir deine Fans für euch schicken. Hm. 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 Eigentlich ist das nicht mein Problem. Hm. Guck mal, man könnte jetzt hier hochlaufen und dann vielleicht in dem Raum... Nee. Da komm ich hoch. Du bleibst mal da unten, ne? Bleib da! Jetzt, wie die einfach nicht hörst, ne? Mhm. Ja, typisch. Wie sie... Ich sag, mach das mal nicht. Ja, da mach das mal eben, ja. um nur links oder rechts 4 1 die ich bin 15 die jetzt sind mit der Zolle erinnere Sanger dann hier kommen wir mal ich will n dann so überlegte Stimme Prozent amal b die kreischen da nachdem achte zweites jorge der jungen um die Kölge wieder das Lied im Kopf und die Zeit der Gummibäerchen Gummibär die Führerschein ist das kennst du auch, ne? ja, kann man die auch mal angucken, wenn man schon erwachsen ist die sind für dich da, wenn du sie brauchst hab ich auch mal gerne geguckt also früher, als ich noch jünger war, von 2, 3 Jahren das ist schon ein bisschen alter, 2, 3 Jahren das ist schon ein bisschen länger her, heißt das, wenn wir das sprechen tun, um zu einem ne? die Trick der Mutter geht da war doch immer so, mein Gott, das nervt du doch immer so ein vertrottelt da, so ein Bärchen mit beidem, irgendwie so, ne? das ist er halt immer so es gibt immer einen, der vertrottelt ist das ist nicht schon der Endpost wie z yes, dacke wie juhu ich bin immer so ich bin 50 naja, trotzdem müssen wir noch ein bisschen ich glaub ein, zwei Mal müssen wir noch durchbekommen und irgendeine andere nicht ganz hm, hab ich was nice gelernt oder so? das weiß ich doch nicht, ich spiel den Karten gar nicht ne, es wird 2 ja, hier gibt's aber noch einen anderen Abgang hier äh, Halky und spielt ja auch noch sehr so, jetzt hab ich die alte, das alte Bergswermutlied im Ohr ne say g c re g weil der Klang auch so wie ich heute b ah ja, so ein bißchen ne beh tutto wäre ich eigentlich, dass auch mal so heiße Milchtreche oder so vor dem Bier oder nach dem Bier Was für Bier, ich triffe auch gar kein Bier ich meine die Werbung ah judge h du weißt das, ich bin ja auch da gegen Alkoh oily ja ja, das weiß ich natürlich jetzt haben wir glaube ich alles durch kommst du mal looten bitte bin doch dort bitte 56 echt der ist 60 muss man natürlich dazu sagen weil wir natürlich so reingehen dass du noch so niedrig bist dass du nicht mehr die die quest annehmen kannst ist natürlich so ja also wir machen ja auch ohne quest ja deswegen dauert ein bisschen länger also was heißt dauert länger doch das dauert relativ schnell das dauert relativ schnell der gröser sehen dass du dich heute eine stunde verspätet die sie dir dann kann ich auch mal scheiße dem deutschsprachigen neuer für die euro in ordnung ohr das war jetzt alles hier jetzt sind wir komplett durch diese tierer hier ja schon alle looten dabei noch was ne das war es ja das war es ja das war es im allgemeinen ja nein das wir sind noch nicht fertig ne wir sind nicht fertig ne wir sind nicht fertig wir sind jetzt zurück wie ist der ausgang bin ich mal gespannt hier vielleicht kommt hä der war doch immer hier das war so n 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 Hammous n n n n n n cs Wo ist das? Hier rein? Ja. Wie geht's? Du kennst dich aber gut aus hier dafür, dass du mir den Weg zeigen willst. Ach so, hier! Ach, ne... Aaaaah! Sofälty. Ich nehme meine Brille nicht an. Zuerst die Kiste. Das ist verschlossen. Weiter. Okay. Da war's gut. Wie soll das? Wie soll das? Das ist das, was du mir zeigen willst. Wie soll das? Wie soll das? Wie soll das? Wie soll das? Ja, zeig mal jetzt, was du mir zeigen willst. Ja, wir sind ja noch nicht fertig. Wir müssen ja sagen, noch mal. da hab ich doch was gesehen, ich weiß es du hast gerade gesagt, du hast deine Brille nicht an ja, ne nicht deswegen entweder nicht, hier hier aha, eine Mockgruppe willst du mir zeigen ja, die hast du vergessen das ist jetzt nicht dein Ernst, oder was? ja, wegen einer verkackten Mockgruppe ja ne, ernsthaft jetzt ich hab's gesehen kann man das nicht durch? hier ist hier war die Fest auch, ne? mhm was? gut, dann haben wir jetzt alles fertig und dann gehen wir noch ein, zwei mal durch und dann sehen wir uns dann in irgendeiner BC-Indie also, tschüss!